Die Aufarbeitung des Geschehens erfolgt unter dem Gesichtspunkt, was hat der Betroffene dort falsch gemacht. Sie erfolgt nicht unter dem Gesichtspunkt, warum ist dieses Geschehen bei sich so abgelaufen und nicht anders und wo sind die Defizite? Mehr als 150 Menschen verloren bei dem Anruf ihr Leben. Es gab 13 Verletzte. Die meisten der Opfer waren Sivilisten.